Moin moin meine lieben Freunde der Fox Musik und herzlich willkommen zur nächsten Folge von SoForest Wir wollen äh durch Wir haben äh nämlich was vor Wir wollen nämlich nackt durch die Höhle krabbeln Uuuuh Schluckst du oder spuckst du? Irgendwie alles gleichzeitig Oh cool, geil Ähm... Es geht oben rein und hinten wieder raus Ui, supi, also Durchlauferhitzer Genau Patrick spielt Durchlauferhitzer Ja, da geht's runter, ne? Nee Oh, hier ist Timmy Höhöhöhöhöhöh Halt, das war jetzt total lustig Haha, der ist total abgeschmierkelt Oh, ich hab ein Seil gefunden Ich benutze es mal Eda, der Patrick lacht mich aus Patrick ist ein fieser Nazi Mann Oh, scheiße Nicht lustig, das hätte dir auch passieren können Aber mit Ansagen, da geht's runter Ui Blasch Ach, du Kacke Du brauchst doch nicht weinen, mein Gott Oh, hier liegt ein Bein rum Ich nehm das mal mit, wa? Warum lag da ein Bein rum? Hast du das da drapiert? Ja Ja Wieso ist das Tor jetzt aufgegangen? Das macht mir jetzt gerade Angst Puh Patrick, laufen Bin da Abspäck Wo geht's nie hin? Oh, hier geht's runter, Patrick Guck mal Äh Ach Hier Warte mal Hey, halt Stopp, warte mal Von hier sind wir gekommen Ähm Sollen wir vielleicht den anderen Weg zurück Sollen wir den anderen Weg vielleicht zurücklaufen? So, können wir probieren, wenn ich wieder raufkomme Jetzt haben wir nur noch ein Problem Ich hab jetzt nur noch eine Soda Also nicht mehr besonders viel zu trinken Komm ich nicht rauf Na, sollen wir dann rausgehen lieber? Warte, warte, warte Hab ich gerade so kaputt gelacht, jetzt komm ich nicht rauf Ah, doch, oder? Oh ja Bin da Okay Ja, dann müssen wir uns da hinten noch den Weg freispringen, ne? Da war ja was Bin dabei Ja Danke schön Bitte Ich wollte mich nur noch mal vergewissern, dass du auch wirklich alles verstanden hast Also, von wegen, ich habe nur noch ein Getränk und werde danach verdursten Und, äh, zu Hause, haben wir was Ja, was sagst du denn? Was möchtest du denn machen? Ich hab noch dreimal Soda, ich hab noch ein paar Schokoriegel, mir ist egal Schokoriegel hab ich auch noch genug, ich hab auch nur noch eine Soda und das ist ein bisschen mein Problem Fabian Ähm, weiß nicht, entweder 30 oder 80 Eins von beiden 30 Äh, auch nicht viel Na, sag an, willst du lieber raus oder willst du? Ich glaub, ich will lieber raus Vor allem waren wir jetzt echt schon lange in der Höhle Ja Ich hör Babys Das ist dein Ernst Ähm, ich höre keiner Vor allem ist die Höhle wieder Bei mir ist das Ding zu Was? Bei mir ist das Ding zu Hier? Ja, hier Das ist bei mir gar nichts Ja, Deckung Natürlich stand ich zu nah dran, selbstverständlich Das war jetzt wie im Actionfilm Okay, du bist ins Wasser geflogen, oder was? Ne, ich bin aber, ich bin weggelaufen, ins Wasser gesprungen Wisst ihr, wie es halt geschärft im Film ist Naja, okay Und wie ich unten war unter Wasser, hat's Boom gemacht War wirklich kurz Danach Steck fest Zieh ihn raus Mensch Ich steck wirklich fest Oh, ne, jetzt lass auf, nicht da hinten Äh, ich komm nicht raus Äh Kannst du hier Dynamite kurz mal reinschmeißen, vielleicht? Ja, wenn ich noch eins hätte, würde ich das tun Ja, ich kann, ich komm hier wirklich nicht raus Oder? Warte Oh, Jesus Ja, sieh zu, dass du hochkommst, weil hier kann man speichern Ich bin auf meinem Weg Endlich Auf deinen Weg, deinen Weg, auf den Weg Möchtest du den Stock haben? Guck mal, ich lass ihn gar nicht fallen Ich kann jugglieren, mit meiner dritten Hand Ich balancier ihn auf meinem Schniegel Ich kann es sehen, aber ich sehe es nicht, weil Weil der Speicherberg, Speicherberg Müssen wir hier weiter? Ich glaube, ja, ne? Ach ja, genau, hier, hm? Da waren deine Freunde übrigens Die du so gern mochtest Wir könnten von hier den anderen Weg einschlagen Möglichsterweise So, jetzt bin ich auch dafür Jetzt kann ich mich bewegen Was ist das für ein riesiger Raum eigentlich? Warte mal, ich laufe mal ganz kurz ein bisschen weiter hier Äh, laufen wir gerade darauf zu? Ja, wir laufen gerade darauf zu Da kommen wir wahrscheinlich dann hin Von da kommen wir bestimmt auch irgendwie wieder raus Und zwar von hier sind die gekommen Hast du gerade mal Licht? Dass du mal ein bisschen für Weitsicht sorgen kannst Hab ich ja Okay, ja, dann solltest du auch vorlaufen Weil mit meiner beleuchteten Karte Sehe ich nicht so viel Oh, wir hängen hier rum Ich glaube, hier ist interessant Oder? Ich geh mal gucken So, ihr Rüpel Ich hab wieder Freunde im Teamspeak Ja, auf meinem Teamspeak hast du deine Freunde Ne? Würde mal so am Rande erwähnen Ich hab nix gesagt Äh, ich geh auf den Chat ein Oh, hier geht's runter Oh, hier geht's runter Schon wieder Oh, serious? Nur, wo geht's da hin? Vielleicht ist das der Ausgang zum Ententeich Oder Gänse-Teich Ich tauch mal gerade, ne? Ich bin gerade hinter dir Okay Ich glaube, hier geht's hoch Oder? Ne Auch nix? Ich glaube, hier ist fantastischerweise Hier ist nichts Wie schön Toll, das hat sich ja gelohnt You are perfect Hi Okay, die Tauchaktion war hier ein bisschen überflüssig Aber jetzt kann man gar nicht mal längst leuchten Äh, von wo sind wir gekommen? Weiß es nicht Hier geht's runter Ich glaube, von da sind wir gekommen Ja, sind wir auch Oder weiter? Ja, einmal kurz durchgucken und dann mal auf die Karte schauen Das kommt mir auch bekannt vor hier irgendwie Ah Ouch Jetzt hast du dich selber angezogen Patrick, tu was! Du hast denken müssen Da sind nur noch zwei Oh Ich finde es witzig, wenn sie dich ihm selber schlagen Ja, ich auch Boah, hier muss ein Nest sein, ey Oh Was? Wo? Hinter dir Oh Der war doch noch nicht tot Ja, hier so ein Wabbelharmes Alter, wie schnell ist der? Hat der ihn genommen? Hallo Tsunami Sehe nix Da, komm da Blocken Äh, noch zwei Äh, alter Halt die Klappe! So, der ist tot Nur, wo ist der letzte Da, so Da, so Ich disingen wir nicht, die sind so schnell getarnt an, wie der, weil sie schwarz sind Da, so Ich hol mir Boah 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 BAM Okay, jetzt auf jeden Fall, oh hier ist Koffer Boah Das ist so gut Bitte lasst ihr was zu trinken drin sein und ansonsten machen wir uns gleich noch mal kurz ein Lagerfeuchchen Dann können wir uns nämlich hier alle möglichen Beine und sowas necken Natürlich ist hier nichts zu trinken drin, ey Ihr wollt mich doch verarschen Alkohol ist nicht zum trinken da Doch Was erzähl ich hier? Alkohol füllt Wasser auf Nur geht ein bisschen auf die Stamm einer Ich nehm erstmal das Geld mit Ich mag nämlich Geld Ich und Geld, wir sind die besten Freunde Leider hab ich nicht so viele Freunde Oh, das ist noch mehr Geld Wahrscheinlich Hm So, mehr gibt's jetzt hier nicht Stinkefüße kann ich auch nicht einsammeln Das ist wieder retour weg hier Scheint so, warte mal, die Karte sagt bei mir gerade Ähm Warte, 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 warte Laut Karte ist das hier eigentlich ne Sackgasse, aber Ja Ist es wirklich? Ja Oh Alter, ich dachte ich fall durch die Welt Oder? Moment Jetzt sicher gleich durchpacken Okay, da geh ich nicht runter, da steck ich sicher nachher fest Oder der Tor Okay, also wirklich Sackgasse? Ja Okay Ja, dann wäre die nächste Möglichkeit, wo wir lang gehen können Ähm Ich lauf mal vor, ich hoffe einfach mal, dass ich, dass mir nichts passiert Und klatsch Ich denk Ist das Geld wieder nachgespawnt hier Hier sind auf jeden Fall unsere Typen, unsere Freunde Die Party Die ist gut, die ist gut, party, party Ja, wir müssen wieder, oder? Was müssen wir? Eine Tour, oder? Naja Na dann Ähm Hier müssen wir runter Das war glaub ich nicht hoch, oder? Nein War nicht hoch, aber ich sollte mal ein bisschen was für meine Rüstung tun Äh Zwei, ah cool, zwei Rüstungsteile kann ich mir noch eben bauen Ich glaub ich bin irgendwo im Nirgendwo Das ist nicht gut Ich brauche dich doch Bist du schon wieder draußen, oder was? Oder noch immer nicht Was? Ich bin, steh hier unten Wo bist du denn? Jaja, ich bin draußen Ich bin Du brauchst nicht tauchen, Patrick Wollen wir mal schauen Jetzt immer cool, wie das so durchklitscht durch die Hölben Machst du weiter Licht hier, dass ich hier auf die Karte äh, schauen kann Jetzt mal, wo sind wir denn jetzt hier Hier, genau, die haben wir nämlich noch nicht weiter durch erforscht, in diesem Bereich Hier drüben können wir nämlich noch lang Hier auf jeden Fall was? Ja, Babys vor dir Mache ich nicht Und mir auch sehr bekannt Warte mal Wie machst du nicht? Wir müssen aber links weiter Zumindest wenn wir die Höhle erforschen wollen Dachte, wir wollen da rausgehen Daneben Wollste rein? Da ist noch einer Und Springen Achtung Triple Baby Äh, Quadruple Baby Ich glaube, du solltest aufhören, die anzuzünden Kann es sein, dass die dadurch vielleicht, äh Unbesiegbar werden? Kann sein Oh oh, spring gleich Au Boah Boah, was ist er Ja, das hat weh getan Oh Hier Es ist gerade... Ah, da war noch was scheinbar Okay Hi Ali Ja, wir sind schon ein bisschen dran Das ist richtig Äh, liegt hier so da? Da Eine ganze Kiste? Ja Oh, laber nicht Ja Oh, fesch So, rappelvoll Das war... Das war super, ey Das war somit das Beste, was wir finden konnten jetzt Jetzt können wir noch ein bisschen hierbleiben, tatsächlich Irgendwann will ich noch mehr raus Ähm... Ja Geht's da weiter? Äh, nö Ich würde mal kurz die Karte aufmachen Da sind wir... Hier Ja, ein bisschen später ist nie, würde ich sagen So sieht's nämlich aus So sieht's nämlich aus, hier So, hier geht's auch nicht weiter Okay, da hinten ist noch was Hier noch was Hier noch was, was ich nicht hören will Das höre ich Oh What? Hier würde es runter gehen Runter? Ja Ich weiß nicht, ob das Verpackt ist oder Ob das wirklich so sein soll Ne, irgendwo ist, äh Auf der Karte ist was eingezeichnet Man kann hier runter tauchen Ja, dann sollten wir das auch mal machen Aber es sieht nicht einladend aus Ähm, auf der Karte ist hier ein Weg eingezeichnet Das heißt, wir können die nehmen Verdammt Unter Wasser kann ich das nicht nehmen, ne? Nee Die Karte Die Karte Die Karte Die Karte Die Karte Kommen hier sehr bekannt vor Und von den Schlacker-Zelten könnte man noch speichern Das war knapp, da wäre ich dir fast in die Axt gerannt Oh, Soda 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 Wo ist denn hier Soda Soda aufgehoben Hier irgendwo Ah, hier ist die Kiste noch Ja, da ist Soda Sehr schön Oh Bestand aufgefüllt Gab es hier nicht auch noch eine Zeichnung oder sowas? War ich nicht was? Ja, hier geht es wieder weiter Nee, nee, da geht es zurück Das ist tatsächlich eine Sackgasse hier Aber wir haben hier schon richtig viel von der Karte aufgedeckt Ich nehme das mal als Screenshot von dieser Folge hier Und ich glaube, wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen Das heißt, wir könnten hier Was? Ja, ich glaube, wir sind am Ende Wir machen hier mal einen kleinen Cut Sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder Bis dann, alles Gute, danke für's Zuschauen und ciao!